Du bist dran, Kasperle. Mal sehen, ob du die Murmeln auch ins Mäuseloch triffst. Also pass mal auf, Zweigensöhne-Pimperle. Genau in die Richtung Mäuseloch zielen und die Murmel vorsichtig anschubsen. Jetzt hab aber ich gewonnen, denn du hast ja mit deiner roten Murmel meine blaue ins Mäuseloch geschussert. Ja, Pimperle, das war eben Pech für mich und Glück für dich. Piep, piep, soll ich nun wohl wieder alle Murmeln aus meiner Mäusewohnung herausholen? Warte noch ein bisschen, Mauslilli, wir machen noch ein Spiel. Ist recht, Kasperl, piep, dann warte ich lieber und suche erst am Schluss alle Murmeln wieder in meiner Mäusewohnung zusammen, piep. Also Pimperle, auf zum letzten Spiel, jetzt bist du wieder dran. Na, dann pass mal auf, Kasperle, wie gut ich murmeln kann. Auf geht's, Pimperle, leg deine blaue Murmel auf die Erde und schub sie leicht an. Schau, Kasper, schau hin, sie rollt genau aufs Mäuseloch zu. Ja, Pimperle, du hast recht. Ja, aber sie bleibt direkt davor liegen. Ach, so ein Mist. Piep, piep, das macht doch nichts, Pimperle, es ist doch nur ein schönes Gartenspiel. Darf ich sie nun alle wieder aus meinem Mäusewohnung herausschubsen, piep? Ja, freilich, Mäuschenlilli. Und dann kommt das große Auszählen, wer die meisten Schusser ins Mäusewohnung getroffen hat. Ich sammle inzwischen die restlichen Murmeln in mein Murmelsäckchen ein, die noch hier vor dem Mäusewohnung liegen. Warte, Pimperle, ich helfe dir dabei, dann geht's schneller. Ja, schau mal, Kasperle, Mauslilli bringt schon die ersten Murmeln wieder aus dem Mäuseloch. Ja, schau hin, Pimperle, bis jetzt sind es drei blaue von dir und vier rote von mir. Och, du hast schon eine mehr. So, piep, geschafft. Das war die letzte, die ich gefunden habe. Das ist noch eine blaue von mir. Jetzt steht es unentschieden. Vier zu vier. Na, da bist du aber froh, gell, Pimperle, dass du nicht verloren hast. So, jetzt lass uns schnell in euer Zwergenhaus gehen, denn es ist ja schon spät geworden. Danke für deine Hilfe, Mäuschenlilli. Och, bitte, bitte. Für ein großes Stück Käse helfe ich euch doch immer gerne. Piep, piep. Ja, ihr beiden Murmelspieler, seid ihr endlich müde geworden. Aber Papa Bommelhut, ich werde doch nie müde. Pimperle, das wirst du schon noch, wenn das Sandmännchen zu dir kommt. Das wird schon sein. Na, komm schon herein, Sandmännchen. Pimperle wartet schon auf dich. Ist doch gar nicht wahr. Grüß Gott, alle zusammen. Na, Pimperle, bist du schon bereit zum Schlafen gehen? Ach, Sandmännchen, muss das schon sein? Aber sicher, Pimperle. Mach nur dein Säckchen auf, Sandmännchen, und streu deinen Zauberschlafsand. So, Pimperle, schlaf gut. Ich muss jetzt weiter in die Stadt zu den anderen Kindern. Und zu euch, Kasperl, Gretel und Seppel, komme ich später auch noch. Ja, ja, Sandmännchen, aber du kannst dir ruhig noch etwas Zeit lassen. Weißt du was? Geh du noch einst mal mit deinem kleinen Beinchen voraus. Ich trage dein Sandsäckchen und komme dir damit schneller hinterher. Ade, Sandmännchen. Ich gehe in mein Zwergenbettchen. Warte, Pimperle, ich bring dich noch in dein Zimmer. Also, bis gleich, Kasperle. Sandmännchen, Sandmännchen, ich komme schon. Ja, sag mal, Kasperle, warum schnaufst du denn so? Na, wenn ich auch so viel Schlafsand von dir mit herumtragen muss. Quatsch, Kasperle, so viel Sand kann doch gar nicht mehr in meinem Säckchen sein. Ja, das gibt's doch nicht, Sandmännchen. Warum ist der Sack denn da noch so schwer? Lass mich mal hineingucken. Ach du liebe Güte, da ist ja gar kein Sand drin. Das ist ja gar nicht mein Säckchen. Ja, lass mal sehen. Oh, Jemine, ich habe aus Versehen die Säckchen verwechselt. Oh, da habe ich in der Eile Pimperles Murmelsäckchen erwischt und bin dir damit hinterher gerannt. Oh weh, wenn du uns die Murmeln auf die Augen gestreut hättest, hätten wir morgen früh alle blaue Pfeilchen wie die Boxer. Was machen wir denn jetzt, Kasperle? Ich habe keinen Sand für die anderen Kinder, zu denen ich noch gehen muss. Das macht doch nichts, Sandmännchen. Da schlafen wir halt heute Nacht nicht. Das könnte dir so passen, Kasperle. Die liebe Traumfee erscheint. Du machst mir jetzt bestimmt einen Strich durch die Rechnung. Natürlich, Kasperle. Ich kann es doch nicht zulassen, dass du und die anderen Kinder morgen unausgeschlafen in der Schule sitzen. Ja, was willst du denn dagegen tun, Traumfee? Ein einfacher Spruch von mir und alles ist wieder in Ordnung. Murmelsäckchen in Kaspers Hand. Tausch dich aus gegen den Sack mit Sand. So Sandmännchen, da hast du deinen richtigen Sandsack wieder und beim Pimperle zu Hause steht wieder sein Sack mit den Glasmurmeln. Dann kann ich mit Pimperle am Morgen wieder mit Murmeln spielen und wir müssen nicht nur Traumsandburgen bauen. Ihr liebe Kinder, spielt hoffentlich auch immer schön mit euren Geschwistern oder Freunden. Aber lasst es dabei nicht zu spät werden, damit ihr immer rechtzeitig ins Bett kommt. Damit ihr am nächsten Tag stets ausgeschlafen und fit seid. Denn kleine Kinder brauchen noch viel Schlaf. Und viel Schlaf ist auch gesund und das, das sollte ja immer bleiben. Das wünschen euch das kleine Sandmännchen, die Traumfee und euer Bamberger Kasper.